gothic war doch das spiel mit tanzwut oder nein das war mit in extremo gothic 1 richtig und in extremo mit dem lied herrmann oder kommt noch eine ein flammenhund an genau das war das red wine unicorns der ist übelst der flammenhund und ich sehe auch nicht gerade aus wie gesund und